Ich dachte mir so am Anfang, was gibst du für Shots und auf einmal... Alter. Seit welcher Season spielst du? Mh, Season 2, aber ich spiele ja seit... einen Monat Mauskippert. Also einen Monat, ein paar Tage. Ich spiele seit drei Tagen. Ich schauke, dass ich nicht mehr aufzunehmen kann. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr aufzunehmen. Ich bin nicht mehr aufzunehmen. Ich habe euch nicht mehr aufzunehmen. Oh mein Gott, ich hab nach jedem Schuss so Schiss, Alter. Alter, ich bin so erschrocken, ne? Ich hab mich in den Schuss, Alter. Ich hab mich in den Schuss. Ich hab mich in den Schuss. Wo bist du? Da oben Ich bin ganz unten Nice Mein Gott Natürlich gehört ja alles hier Yo, Digga, Aim Also der, der 31er gemacht hat, war der Tester, der dich getestet hat Ich weiß schon Und sorry, aber er spielt 1v1 wieder Ach, Digga Nee, ich sag's lieber nicht Kannst du das sagen? Nee, ich find's halt nur lächerlich Ich hab schon ein paar mal 4 HP gehabt Anstatt dass er mich pusht Er hat 200 Leben, ich 4 Anstatt dass er mich pusht Muss ich ihn pushen Er kämpft nur auf High-Ground und sprayt mich da Ja, mehr kann er nicht Keine Ahnung wie er irgendwie spielt Wunderbar Genau, wie viel hab ich dir gegeben? Wahrscheinlich gar nicht Aber warum baue ich mit Stein, Digga? Wie Teff? Sorry Doch, du hast mir einen 20er Schotteser gegeben Oh, Junge, man nicht verkackt Oh, Junge, man nicht verkackt Alter Ich schau zu Muss ich nicht starten oder was? Das ist so dumm gemacht, ne? 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 Ich schau zu Ich muss einmal ganz kurz die Erde von Fledermaus machen Die Erde von Fledermaus 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 Okay. 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 Moin Milan. Wer ist das bei mir? Alles. Junge, ich baue doch. Hedgeup. Nein. Komm, wir gehen kurz. Wir gehen kurz. Ja, 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 ja, hat's. Was soll das, Linus? Ich wollte noch grad beweisen. Frechheit, Digga. Oh, nur kann es sein, dass ich komplett lasse. Ey, komm, warte, warte, dann lass mich Linus rein. Ey. Nein, 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 nein. Dann lass mich wieder finishen. Das wär echt, das wär echt gut gespielt von dir, Orno. Also echt respektlich. Ich finde auch. Das ist so ein guter Spieler. AR, AR. Er hat 20 HP gehabt. Du gehst nicht auf ihn, du gehst auf den Finish. Starkes Spiel. Junge, lass die doch mal, Digga. Ey, Linus, ich schwöre, mit dir macht das ja recht gut zu spielen. So, ja, mir macht das ja groß. Oh mein Gott. Und, oh, was, was? Was, was? Kevin, das tut mir leid, dass ich sie grad ein bisschen gefickt hab, aber... Man nennt das Kontrolle, ja. Aha. Spielst du auch auf, Kontroller, Kevin? Nein. Oh, no. Er bin in den letzten Runden, da geh ich. Kein Bock mehr. Ja. Nein, der will ich mal nicht den. Die muss auch mich doch die ganze Zeit. Dann will ich mit Kevin spielen. Ja, okay. Linus und er sind beide richtig low. Linus hat einen 150er Headshot bekommen. Und Unruh ist auch schlecht. Kevin hier du kriegst ihn! Mensch doch dicker! Ich brauch doch Leben Junge! Er tut erst leise, das wird ein Popcode! Ein Popcode! Fuck you! Juuu! Huuu! Warum kann ich das nicht? Ey! Ähm, pass auf! Wenn wir mal Spiel beenden! Willst du mit mir spielen? Jaaa! Linus schaute ich dir jetzt nicht! Nein, mach nicht den! Na klar, Digga! Linus hofft nicht! Ich mach einen Fehler! Ich mach einen Fehler! Du machst einen Fehler, Digga! Du kriegst ihn die ganze Zeit nicht! Ja, weil ich weiß nicht! Ein Fehler, ein Fehler! Ja, guck! Siehst du? Es ist da nur ein Spiel, Digga! Ja, er schnippt! Aber ich spiel jetzt noch mal Spaß! Snipe! Der Bude, er denkt auf! Sie geben hier 80.000 Euro oder so! Los! Dann würde ich hier stehen! Ich soll das doch aus der Spaß machen! Ich kann mir das nicht Spaß machen! Na grad ist schlecht, weil... Zwei Fetts sind sich, glaube ich, Montag in der Schule. Warum startet ihr? Ich dachte, Uno kommt zu mir! Bin ich doch! Ich bin auf dem gewechselt! Ja! Aber eh doch nicht! Ey, Jungs, Digga! Er war doch schon Team 1! Hä? Was? Und wer ist das jetzt? Kann jemand... Kann jemand beenden? Linus! Kann... Kann jemand beenden? Nein! Ich kann nicht! Edom, kannst du beenden! Edom! Ach, ich guck! Ja, ich kann! Ja, hört doch auf! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Ja, bin gelieft! Ich dachte, bitte, Sie kommen! Äh, Linus haut mich die ganze Zeit! Ja, dann lass doch hier beide spielen, Digga! Das macht kein Spaß! Nee, da will ich... Nee, da will ich es auch nicht antun! Aber egal! Linus und dich treffen! Ey, Digga! Ich sag ihm, dass das gerade schlecht ist! Aber er kommt trotzdem rein! Hey, warte! Mensch, ich sag mal, wer ist jetzt reingekommen! Kennen uns Discord Freunde! Ey, laufs mir langsam aus! Ey, laufs mir langsam raus! Egal, warte, dann spiele ich einfach unruhe. Und warte noch nicht starten jetzt! codon, äh, nein, unruhe, kommt him eins und danach sagt er, die beiden gegen dich,ydon und Und unruhe. Die beiden machen gegen dich. Ja, wir... Wir zwei machen gegen die zwei. Also wir zu dritt gegen die zwei, weil die beiden sind gut, dann ist das halt so ausgeglichen. ich bin besser wie du ja aber da wird schlecht ja aber du warst auch mal los jeder war einmal los und die Spieler spielt nicht so auf wie du jetzt musst du mich noch extra provozieren ich bin der beste ich weiß er gibt mir ich bin der beste der beste Snipe 185 Nein, nein, Lino ist der Beste. Den krieg ich nicht. Der ist so gut. Oh mein Gott, ja, GG's. Egal, aber Linus und Lichte trotzdem noch cool. Wir sind ja in einem Verein. Wir gehen fußballspielen. Oh mein Gott. Ne, Linus? Was? Wir gehen doch, äh, Dings, fußballspielen. Äh, Bravo. Ich hab keine Metz mehr. Hä? Ah ja, ich hab keine Antwort gehört. Nein, der wollte sich. Ich hab eh keine Metz mehr, also alles. Sehr schön, Kevin. Sauber. Jungen, Kevin, warum brauchst du dich schneller dediziert, Junge? W-warte, musst du die ganze Zeit unentschieden? Komm, Munderl, wir müssen, wir bleiben zusammen. Komm her. Also, no home and air, aber... Wir sind die Pappe, Jungen. Du hast reißig oder decentralstehn. Letztens, ne, nimm mich auch. Disrespect. All new. Papa. Aber ich wohne jetzt die letzten. Alles wei hoch, alle ui. Ja. Ich hab ihn doch schon gepumpt hat. Alles gut. Ich hab ihn gepumpt hat, alle. Ich hab ihn doch schon gepumpt hat. Ich hab ihn doch schon gepumpt hat. Ich hab ihn doch spaß. linus ich möchte dass du mit zu mir bist die gedanken dass alle auf mich drauf gehen ich weiß ich mach es doch halt nur um dich zu produzieren Spaß okay geil für Spaß siehst du auch? okay 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 du verstehst nicht dass ich den Kopf einspielen kann und jetzt verstehe ich so gut den Spaß komm her Junge alle wenn ich, alle wenn ich, alle wenn ich alle wenn ich, alle wenn ich, alle wenn ich ey Digga nicht, guck mehr, ne es ist, es ist auch noch ach Milan Digga, du bist so gut ach Milan Digga, ja ja ey Milan du bist genau so schlimm ach Mensch, das fühlte sich auch noch cool Digga, ich fühl's ja richtig Digga ja einer, einer ist gut, holt alle durch und die anderen haben ne größte Fresse ja aber das macht Spaß, guck mal und beschlecht okay nein Edon wechsel du jetzt du Linus aber warum er schlecht Digga aber warum er schlecht Digga doch er wird gewinnen doch er wird gewinnen Digga ach jetzt bitte ach jetzt bitte von Sieg mit Milan hört man nichts mehr soll ich jetzt einfach kriegen? ja ich mach das ey Geld drauf kommen mit diesem Geld Sachen online kaufen da kann ich erst was ausgeben damit wenn ähm da irgendwie so ne Karte so irgendwie ich hoffe ich hoffe es geht ohne Karte weil ich hab mir seins gemacht ja komm so habe ich aber ich man muss ja auch irgendwie so ne ähm angeben und ich hab dafür übersprungen gedrückt ich hab gleich 20 Stunden ich hab gleich 20 Stunden ich hab gleich 20 Stunden sieh ich hab jetzt Der hat die Fische, der hat die Fische. Komm, zieh! Hey, so scheiße, Alter, ich höre dich im Stream und im Spieltraum, das geht voll auf. Mit mich? Ja. Oh mein Gott, da hat die Fische. Oh mein Gott, da hat die Fische. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hat die Fische. Oh mein Gott, da hat die Fische. Okay. Ich bin dann noch nicht wieder da. Ich habe die Frage, warum höre ich dich überhaupt im Stream? Weil ich bei Zoos am Discord bin. Hey Digga, wenn ich auf seinen Discord will, dann kommt. Ich hätte es halt nicht zu tief gehalten. Ich glaube, wenn ich in den Händel was habe, dann kann ich das Spielverlauf zu machen. Das war's. Der hat immer einen Pino! Dieser Dynamo ist übertrückt. Wir haben einen riesen Weg. Okay. Der Forsten reibt nicht zu viel. Der zum Galsgenkombinat. Also bin ich. Oh Gott, ich kann einen Hoffnung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben sowas wie Discord Zähnt! Was ist das? Oh mein Gott, sie sind ziemlich weg! Beldend! Oh mein Gott, sie sind weg! Oh mein Gott, sie sind weg! Oh mein Gott, sie sind weg! Oh! Oh! Oh mein Gott, sie sind weg! 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 Ja, die Sachen, da hast du sogar tipik streamen! Ja, Alerts und so, wie es aussehen... Muss man dann eigentlich, wenn man alles über den Typisch-Team eingestellt hat, muss man dann noch, wenn man das dann halt in OBS einfügt, muss man dann noch trotzdem über OBS-Alerts und so machen. Ja, das weiß ich. Was heißt vor allem, so Browser-Client oder so? Kann nicht mehr schlagen und nicht schießen. Das ist ein Spielverpack. Nein! Nein! Naja, jetzt sind wir echt schon backte Arme... ja dann geht es darum dass die anderen in der zone ausschließen kann es eigentlich nichts machen außer andere einsperren ja ich glaube ich streame morgen aber ich muss alle meine Kraft einschalten auf low oh nicht die ja 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 Kannst du schon verlassen? Ich verlasse auch. Ich verlasse auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die ganze Zeit an es visiert die ganze Zeit an, Digga, und ich sehe die Schrode ja, Kammer Talk, äh Talk 2 Minute Digga, warum killt er mich denn, Digga, so unnötig haha, what the fuck ey, ey, okay, okay, ich dachte wir Team jetzt so, weil du nix passieren kannst, aber ist okay ich kann ja auch keinen Schaden geben, glaube ich Junge, ich kann dir nicht mehr Schaden geben Bau ihn einfach ein, bau ihn ein hey, what the fuck, warum finde ich grad den Discord nicht kannst du mir noch einen Link schicken oder so, äh, äh, Louis teachersこと的时候 kommen zur Wohnung es heißt es, Apollówوبeln war's pewnost, buur ich án conspirativen gar 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 Möchtest du da? Möchtest du da? Möchtest du da? Ähm, ich kann nicht irgendwer, muss mir einen Link schicken vom Discord nochmal, aber ich finde da nicht mehr genug. Wo ist mein Deckel? Mein Gott da ist mein Deckel. Ja, ich bin ein Deckel. Ja, ich bin ein Deckel. Jo, dicker. Luis, Mann. Ich habe ihn komplett gelasert. Ich habe ihm 140er Headshot gegeben. Ich bin ein Abfrau, ich bin ein Deckel. Ich bin ein Abfrau, ich bin ein Deckel. Ich bin ein Deckel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin ein Abfrau. Ich bin ein Abfrau. Oh, okay. Dann ist er ein Abfrau. Woob, 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 woob! Ja, weißt du aber noch. Was? WTF? WTF? Was ist das? Lass ihn einfach! Hahahaha Respawn In welchen Call seid ihr zwei, ne? Wir müssen alle eine neue Creative Lobby machen, lief mal! Oh, ja, du bist drin! Geil! No Das geht mit dem Verstand ein Buch! Seit wann bist du in dem Clan eigentlich? Seitdem ich ihn getestet habe Ah, Pöder, Marisa Spielen wir jetzt alle zusammen hoch, Keile Na klasse Oh, geil Ein bisschen gucken von einer rein zu werden, dies doch Gag, gag, gag Ey, Lui Unbekannt war Fehler Luis Wie wäre es mit einem Neuversuch? es ist so lächerlich dieses halbneut ich habe vier punkte mit obere 50 prozent 33 prozent ich habe sieben punkte dieses tournament gewesen hier habe ich jetzt fünfhundert halbpunkt ähnlich 500 bin ich bescheuert ich habe die halbkunde bekommen müsste sagen lol war das nicht allerdings läuft das nicht mehr oder was ich habe ich bin ich habe zehn punkte und bin top 27 und er hat 133 das ist halt einfach nur traurig denke ich habe mich wegen irgendein doppelt ich müsste auch schon kommen sind das arena punkte oder die nahe halb ich glaube ich bin dann fast was ist ein 27 ist es ist es auch top 50 prozent oder 27 arena 3,1 3,1 millionen jungs meinte einer schafft mal 100.000 k ja ich sehe ich bin bei 7,2 k bei solange die arena jetzt in der season drin ist kann man zähl schon bei 20 30 herr digger rasko war nach nach fünf tagen oder so äh bei 30 kam bei der arena so wie sie war weil da war ja das sind dann nur deutsche player und glauben weil das matchmaking gefickt wurde von vorteil und ich der und ich der größte lostdieb zockt der in der zeit kein fordner alter geil hat er immer noch 30 punkte oder das stimmt gar nicht mehr glaube ich wegen schule oder so ein scheiß neben schwingen das dauert solange dort kreativ wurde ja manchmal daraus richtig ich bin einfach wieder in der lobby die ganze jahre und schuldig er hat er ist aufgehört zu spielen er hat das letzte mal gestimmt vor drei monaten drei monaten vor einem monat und es gibt ihm richtig viel kälte ist er dumm vielleicht zieht ihr auch um oder so jetzt gibt mir richtig viel kälte stimmte er hat immer 1000 zuschauer oder so und er hat auch 200.000 hatte sein letztes was ich gestern gemacht habe in soloren am 1.12 war der einfach ich habe ich habe ich habe ich habe sein letzter sein letzter stream war am 1.12 was denn los er wird seine große karriere also ist eine gute karriere der spuckt zugesagt auf seine community auch seine community was für was für win rate ich meine siebener win streak er muss herr wo landest du diga wo ich lande ich lande weil das ist immer so du musst du musst bei in diesem eis haus dahinten landen dann kriegst du da kriegst du mindestens ein full inventory fischer er hat sowas wie auch mit mir land vermisst wie land vermisst du eigentlich l2 ich bin einfach jetzt erst reingekommen der war dieser omega ich war einfach besser wie du und bin halt noch einmal besser wie du das gefällt mir halt der war dieser omega-skin hier irgend-irgendwo ich bin das geht nicht hier irgend so ein bot what the fuck the guy is not simple tripper man oh die milch haben ja du musst übrigens auch dein profil mit ändern so ein spaß ne ilyas du bist so ein spaß wer ist eigentlich der omega omega das ist geil digga split ich bin einfach der beste verpackt luiz lebst du noch ne was macht mich im fortnite so schlecht oh mein gott ja warum ich fliehe doch die ganze zeit du ziehst uns die ganze zeit jungs am anfang jetzt alle auf luiz train ok komm wie stand es eins gegen zwei ey wir haben gesagt alle auf die sprain junge ich war der einzige der es gemacht hat die wette ja aber ich dachte ihr macht oh man hat nie gehört digga august ne du bist ach digga unverdient du bist bitte verdammt dein eigener mate und gib ihm den sound buffer nein keine du bist der ist wenn du komm da du wirst Alter, Digga, war, also, Mati, Mati sollte sich so schämen, Digga, weißt du, was Mati für ein Bild auf Insta kriegt? Du sollst halt noch viel mit, ähm, äh, Snipes? Klar. Mit Snipes. Er snipet. Er hat die Fahrt verschafft mit Snipes, Digga. Stimmt. Ey, Digga. Ja, aber er ist halt der Beste, also. Ist der Beste wie ich? Keine Ahnung, er ist halt Quack. So. Wer? Snipes, meinst du, oder was? Nuller Pink, Nuller Pink. Immer wenn wir Boxwerks gemacht haben, Nuller Pink. Wer hat gefragt, ob er besser ist, ja? Ja, ich hab das gefragt, Lia. Nee. Snipes, Snipes, Snipes. Ja, aber es kann halt einfach keiner, es kann halt einfach keiner besser sein, als ich, weil ich einfach der Beste bin. Ich bin nämlich, ich bin nämlich Buger auf seinem zweiten Account. Ich bin der deutsche Buger. Er heißt aber schon, bin besser. Jungs, was denkt ihr, wenn ich mich bei Apokalypto bewerbe? Ob ich reinkommen würde? Nein. Ob ich Home-Kin hätte? Nein. Safe nicht. Doch. Aber ich bewerbe mich auch nicht. Solo vs. Quark mach 30 kills, dann bist du drin. Wenn ich noch ein Video mach, dann schreib ich auch einfach Hecht. Wenn du von mir geholt wirst, Digga, dann safe nicht. Er kriegt sie übel viel. Aber ich sag, ich sag mal so, Digga, wenn du... Ich würd jetzt niemals, wenn ich in Q12 bin, den Titel schreib mir Hechtig Apokalypto. Ja, wenn du vorher leer und nicht beschreibst, was das nur auf Krieg rum muss. Ich glaub, das verstehen alle so, Digga. Ich will doch nicht Klicks haben. Weil alle dann... Ich heiße ab, ich heiße aber nicht, ich heiße aber nicht Tanzverbot. Der auf Klicks gar nicht. Damals. Ja, Moin, meine Pamp hat... Warum gefühlt alle auf mich? Oh mein Gott, meine Pamp! Ja, nee, ich bin halt einfach... Besser. Ja, jeder kennt mich. Jeder kennt mich. Jeder kennt mich. Werbung habe, Werbung? Ja? Hugh. Heckwee. Ach hier, der Julian, der seinen Namen nicht verraten wollte. Richtig? Ja, richtig. Mit dem hab ich voll noch geredet. Ja, also, äh... Julian gibt doch... Julian gibt doch schon wenige... Er sagt so, er wurde in der Schule... Er hat noch nie... Julian gehört, der wegen seinem Namen... Wie willst du den Namen? Julian bitte mobben. Mit Julia. Wow, Digga. Aber was für krasses mobben, Digga. Ja, du kannst das hin machen. Ja, ihr wisst halt nicht mal... Zum Glück wisst ihr mein, äh, zweit noch nicht. Wenn die Leute elf from center heißen, dann kann ich schon sein. Ja, dann ist es dann haben sie schon... Warum ist der seltsam? Warum ist der seltsam? Warum ist der seltsam? Der seltsam? Der seltsam. Der zockt nun mit einem. What the fuck? Clip, bitte. Clip, was? Ich stream sogar, Digga. Ich bin ja absolut los. Hm? Schick dir mal den Clip. Du mich. Hä? Ich bin gerade am streamen, Digga. Lui, schick mal den Clip. Lui, kannst du mir mal den Clip schicken? Ja, mach ich gleich, Digga. Digga, Auge, das war ein Twelfel-Headshot oder so, ne? Wie weit Belger. Obwohl, der muss jetzt mal den Shot verkraften. Hä? Du kommst doch nicht. Oh mein Gott, ich treffe es so hoch. Wo gelost, man? Apollo, du holst es für mich. Ist klar. Warum, warum bin ich so heiße, Alter? Ja, Apollo, tanz! Was? Digga, den Clip muss ich mir einfach anschauen. Den muss ich mir mal schicken. Schick den mir mal, Luis. Ich danke, wer auch immer sprayt auf mich. Ich bin so ein leerer Mann. Ja, was soll ich denn hier machen, Digga? Ja, was soll ich denn hier machen, Digga? Ich verrate euch auch gleich, warum. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Guck, er regelt mir. Ach, du hast AP. Kannst du PS, Apollo? Digga, Luis spielt halt auch nicht mit Brainplay, er hat 118 AP, Digga. 2 Fische und 8 Minutes. Anscheinend ist er sich so Fische oder so können, Digga. Nein, er spielt das mal weiter. Warte, Alter, wenn ich so weit rein. Ich bin ne alle, er ist so weit weg. Digga, wenn man über einen Scheuze redet, Alter. Jo, Digga, er kommt von hinten rein, Digga. Wie lange State? Komm nur von hinten allein, Digga. State man? Oder magst du's von hinten? Oder magst du's von hinten? Magst du's von hinten zu zweit, ne? Keine Ahnung, wie ich noch lebe. Ja, keine Ahnung, wie du noch lebst. August sagt, be right back, Digga, er spielt einfach. Was sagst du eigentlich zu meinem Skin? Nein. Apollo? Das ist hässlich, passt nicht zu dir. Das passt... Du bist so schwierig. Du bist so schwierig. Du bist so wichtig. Der Weg und zurück. Der Weg, D rubber! Wenn du die Vollverläufe drin hast! Ich bin divertig. Der Weg, Duster! Der Weg, Duster! Der Weg, Duster! Nümer nur, dann nicht zu mir! hat den königern hallo es war auch bei jemand lief nicht das ist gut an an tf das halt sagt disconnect oder so weißt du dass du auch hörst ob einer gegangen ist und ob einer gekommen ist und hier oft ist gott hörst du halt immer genau das gleiche geräusch ja aber du kannst du eigentlich trinken aber du hast ja nicht wenn du dein overlay anhaft ob nun jemand kommt dann ist wenn du zu zweit bist und der kumpel noch redet ist erklärt ist dann ich habe dich gekillt einfach ein jugendkrepp muss erstmal wieder drauf gehen das habe ich jetzt er wollte praktische geburtstag machen wir noch mal eine einladung schicken ja okay warte schicken mal eine einladung zu gehen aber als jugendtreff bilder und mims da kannst du es einschicken war der clip denn so krass das hast du überhaupt gemacht also ich habe ihn in einer sekunde das war dann halt einfach nur headshots kannst du es rein schicken warte ist nicht gerade ich kann ich mich in den arsch die fickt keiner in den arsch das sicher nicht mich in den arsch die fickt nur ich in den arsch ich bleibe mich in den arsch in 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 in